Selbstverbesserung ist Masturbation, Selbstzerstörung hingegen, diejenigen, die dann aus Unseherheit den Weg der Selbstoptimierung gehen, Persönlichkeitsentwicklung betreiben, aber das einfach nur, weil sie sich selbst nicht genug sind, weil sie denken, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Du glaubst gar nicht, wie viele von sich überzeugte Typen denken, es läuft, aber wenn du mal hinter die Fassade schaust, wie oft die dann doch auch tatsächlich abblitzen, auch beim Ansprechen, beim Flirten, auf den Dates, warum? Weil sie einfach nicht authentisch sind. Weshalb Frauen andere Männer wählen und nicht dich. Zunächst einmal musst du verstehen, dass es wenig damit zu tun hat, wie dick dein Geldbeutel ist oder welches Auto du fährst oder dass du vielleicht nicht 1,90 bist, braungebrannt und den perfekten Haarschnitt hast, sondern es liegt vielmehr daran, dass du nicht in der Sichtbarkeit von Frauen bist. Was bringt es dir, wenn du eine tolle Karriere hast, den perfekten Körper und vielleicht ein paar Millionchen auf dem Konto, wenn die Frauen das nicht wissen, dass es dich überhaupt gibt. Also geh dahin, wo Frauen sind. Du musst nicht großartig was erreicht haben im Leben, um Frauen zu bekommen. Das ist gar nicht nötig. Natürlich solltest du trotzdem an dir arbeiten. Am besten ist es, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, indem du deine Karriere voranbringst, indem du sportlich bist und so weiter und so fort. Und auch an deinen Kommunikationsskills arbeitest, an deinen Flirtfähigkeiten, dass du auf Frauen zugehen kannst, denn dann wirst du die maximalen Erfolge erzielen. Und das heißt konkret, du könntest dahin gehen in die Einkaufspassage immer am Wochenende oder vielleicht auch unter der Woche. Wenn du jetzt aus einem kleinen Kaff kommst, ist es auch nicht schlimm. Dann suchst du dir einfach die nächstgrößere Stadt in deiner Umgebung, gehst dort am Wochenende hin, sprichst Frauen an in Cafés, in Bücherläden, im Einkaufszentrum. Es gibt genügend Möglichkeiten. Wenn du Bock hast, gehst du darüber hinaus auch noch in die Clubs. Und da sind überall potenzielle Chancen, neue Frauen kennenzulernen. Und da ist es wirklich egal, ob du was hast oder nichts hast. Es gibt Leute, die überhaupt nichts aus sich machen, aber die sich als die geilsten Typen halten. Und egal, ob die jetzt broke sind oder ob die viel haben, die legen es darauf nicht an und aufgrund dessen kommen sie gut bei Frauen an. Denn wie schon Tyler Dörth in Fight Club gesagt hat, Selbstverbesserung ist Masturbation, Selbstzerstörung hingegen ... Und natürlich will er damit andeuten, dass das noch viel besser ist. Du musst es nicht so extrem werden, dass du dir selber Steine in den Weg räumst. Aber dieser ganze Selbstoptimierungszwang, der führt dazu, dass du viel zu steif in die Flirts reingehst, dass du viel zu viel darüber nachdenkst, was soll ich auf dem Date sagen und dadurch eine Maskerade aufsetzt. Du bist nicht authentisch, du bist nicht bei dir. Du bist einfach keine echte Persönlichkeit, mit der Spaß macht abzuhängen. Und frag dich das auch ehrlicherweise selbst, wenn du mit Arbeitskollegen dich unterhältst, wenn du dich mit Freunden, Familie oder eben auch mit Frauen auf Dates befindest oder die ansprichst, hast du wirklich Spaß dabei. Und wenn du keinen Spaß an der Interaktion hast, dann ist genau da die Stellschraube, die du anfangen musst zu drehen. Bedeutet, dass du aufhörst, dir Druck zu machen, indem du denkst, ich muss jetzt da was rausholen aus der Interaktion, sondern überlegst dir, wie kann ich der Frau eine gute Zeit geben? Wie kann ich ihr etwas Wertvolles von mir geben? Und damit meine ich nicht, dass du sie in ein 4-Sterne-Restaurant einlädst, dass du ihr die besten Aussichtsplattformen zeigst, dass du mit ihr in den Urlaub fliegst. Und das bringt alles nichts, wenn deine Persönlichkeit allglatt ist, wenn es keinen Spaß macht, mit dir abzuhängen. Aktiviere die Glocke unten rechts, gib dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Diejenigen, die dann aus Unseherheit den Weg der Selbstoptimierung gehen, Persönlichkeitsentwicklung betreiben, aber das einfach nur, weil sie sich selbst nicht genug sind, weil sie denken, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Dann versuchen sie es krampfhaft, um sich und der Welt zu beweisen, dass sie es doch wert sind, aber die werden niemals so gute Erfolge mit Frauen haben, wie jemand, der darauf scheißt. Der einfach in den Spiegel sich anschaut und sagt, hey, ich bin so wie ich bin, broke oder nicht. Scheiß drauf, ich lerne einfach die Frauen kennen, die ich will. Und ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Ich nehme natürlich die Frauen auch nicht zu ernst. Ich habe einfach meinen Spaß. Und wenn solche Typen dann die Frauen zum Lachen bringen, dann ist es auch leichter, mit diesen Frauen nach Hause zu gehen. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, wenn du selber keinen Spaß hast in der Interaktion, dann wirst du dich nicht wundern, brauchen, dass die Frauen sagen nach dem ersten Date, hey, sorry, es wird nichts oder sich niemand bei dir melden, weil da kommt einfach nichts rüber. Erst indem du loslässt, indem du die Kontrolle abgibst, indem du dich entspannst. Und natürlich hast du im Hinterkopf, natürlich willst du die Frau verführen, aber du versuchst es nicht, indem du dich negierst, indem du denkst, ich muss jetzt auf Teufel und biegen und brechen. Und wenn du so sicher spielst, wenn du denkst, hey, ich riskiere jetzt nichts, dann wirst du ja automatisch weniger witzig sein, du wirst berechenbarer, du wirst kontrollierbarer, langweiliger und der Funke springt nicht über. Und paradoxerweise, wenn du sicher spielen willst, dann machst du das ja, weil du die Frau bekommen willst. Aber oftmals ist es so, dass du aufgrund dessen die Frau eben nicht bekommst, weil es einfach keine Anziehung da ist, weil einfach nichts passiert, weil du einfach ein langweiliger Typ bist, der nichts zu sagen hat oder einfach Schwierigkeiten hat, sich selbst zu belustigen und die Frau zu belustigen und dann die Frau nichts mit dir zu tun haben will. Was auch noch in dem Fall wichtig ist, dass du authentisch sein musst. Es bringt nichts, wenn du jetzt dir selber eingestehst, hey, ich bin nicht selbstbewusst, aber nach außen in so eine Maskerade aufsetzt und denkst, hey, ich bin der geilste Typ. Die Frauen werden sowas merken, die haben sehr feine Antennen, sie spüren, wenn du das fakest und dann werden sie nicht mit dir connecten können, vertrauen dir nicht und gehen nicht mit dir nach Hause. Und jemand, der jetzt im Gegensatz dazu noch nicht der selbstbewussteste Typ ist, nicht der überzeugteste, nicht der sicherste, aber dazu steht, der weiß, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich bin auf dem Weg der Besserung, ich entwickle mich. Wer sich selbst so annimmt, den werden auch die Frauen annehmen können und die Typen werden mit diesen Frauen nach Hause gehen. Und wenn du dann irgendwann der Typ bist, der total von sich überzeugt ist, selbstbewusst, selbstsicher und einfach weiß, wie der Hase läuft, dann Checkport. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dass du dir selber nicht eingestehst, dass du eben noch nicht der Typ bist, der du sein willst, aber darauf hinarbeitest. Weil wenn du dir selber nicht eingestehst und das anderen versuchst, die zu blenden, werden viele Frauen das spüren und du glaubst gar nicht, wie viele von sich überzeugte Typen denken, es läuft. Aber wenn du mal hinter die Fassade schaust, wie oft die dann doch auch tatsächlich abblitzen, beim Ansprechen, beim Flirten, auf den Dates. Warum? Weil sie einfach nicht authentisch sind. Verstehe, was ich dir sage und setze die Sachen um, dann wirst du schon sehr bald besser bei Frauen ankommen. Wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber ich habe einfach zu wenig Dates, ich spreche zu wenig Frauen an, traue mich nicht oder bekomme eine Körbe. Vielleicht kommst du ja aus einer Ehe oder aus einer Beziehung oder hattest allgemein viel zu wenig Dates und Sex in deinem Leben und möchtest daran was ändern. Dann quatsch einfach mal mit mir persönlich. Den Link zum kostenlosen Erstgespräch findest du unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem I. Da klickst du einfach drauf, schickst du Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir. Wir erstellen eine Istanalyse, wir schauen, wo stehst du, was brauchst du, was ist dein Potenzial und wer weiß, wenn du Bock hast, dann arbeiten wir vielleicht schon bald zusammen an der Sache. Du wirst schon viele Frauen ansprechen, daten und verführen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.